Hallo aus dem neuen Vlog, Gesundheit mit der CMCM und mit mir. Mein Name ist Chef Paulus, ich bin der Fitnesscoach und heute schauen wir auf drei Bereiche, die nicht wirklich etwas mit Bewegung zu tun haben, die uns aber Probleme machen können, weil wir Resultate auch voll sind. Drei einfache Tipps von mir, meine besten Tipps direkt an Einfachen zu setzen und das starten wir an diesem Vlog. Angefangen wir mit einem positiven Mindset, eine positive Ausstellung, was immens wichtig ist und erlichtet uns ganz viele Sachen. Ich gesehen aber ganz viele Leute, die an einem sogenannten Social Media Fall gelandet sind. Wir gehen auf Facebook, wir gehen auf Instagram, wir gucken uns etwas an und ganz oft machen uns Sachen Rosen oder sie gefallen uns nicht. Und wenn uns etwas nicht gefällt, dann haben wir oft Tendenz stärker darauf zu reagieren. Das heißt, mal Rosen, ein Smiley zu verdienen, etwas zu kommentieren. Das ist auch ganz normal, wir wollen in der Mitte Position bezeichnen, Stellung bezeichnen und wir wollen ganz klar der Welt wissen, dass sie nicht d'accord sind. Und das ist schon das Problem. Facebook, Instagram haben den Algorithmus in der Mitte so aufgebaut, dass du mehr von dem Kontenu gewissen bekommst, auf denen du reagierst. Und wenn du auf Sachen reagierst, die dich Rosen machen, die dich unzufrieden machen, dann kriegst du auch dementsprechend mehr kontinu in der Richtung ausgespielt. Der Test. Mein konkreter Tipp für dich. Wenn du etwas Gutes, etwas Positives sagst, auf Facebook, Instagram, auf Wettfinger Plattformen, auch immer, geh nicht einfach drüber weg oder konsumier nicht einfach den guten Moment mit reagieren. Verdele ein Like, verdele auch mal ein Herz vielleicht, auch in diesem Video, wenn dieses Video dir richtig gut gefällt. Lasse ein Like da oder kommentiere das kannst und da kriegst du auch dementsprechend mehr der Sache gesehen. Wer sicherlich zu einem positiven Mindset wird, feiern dann zu einer besseren, positiven Ausstellung, weil man den Sachen, die aus Rosen machen, nicht gefallen, einfach aus der Face geht. Für meinen zweiten einfachen Tipp gehen wir mal an den Bereich von der Ernährung. Bei der Ernährung zählen immer im Basics Fundament und da geht es nicht mehr wichtig, als es genug Wasser zu trinken. Wie viel Wasser, das verrägert die Farbe von den Morinen, wenn mehr hell wird besser, wenn man hell, man durchsichtig ist, geht es nicht durch und du müsst tendenziell viel mehr Wasser trinken. Wie müsst ihr das aber auch, wenn es schwer fällt, genug Wasser zu trinken? Dann habe ich meinen Tipp. Hören Sie einfach mal vier, vier und mittig zwei Waren, 1 Liter, 1,5 Liter Wasser ran zu haben. Hören Sie eine Flasche, 1 Liter, 1,5 Liter, halten Sie mit dabei, und stellen Sie einen vorhin, wo Sie Sie permanent gesessen haben. Auf der Büro, wo oder immer, wissen Sie, dass Sie das ganz immer im Blickfeld haben, dass Sie immer drin sind. Wenn das noch immer nicht geht, hören Sie eine Flasche und machen keine Runden drauf. Merkt Sie ganz innen, dass Sie 2-Jährigen und 3-Jährigen und 1 Liter oder 1-Jährigen und dann mit ungefähr 10 Liter, 9 Liter oder 1-Jährigen. So wirst du immer, in der Zeit, wie viel Wasser Sie schon getrunken haben, um nur dein Ziel zu erreichen, um 2-Jährigen und 1 Liter Wasser in der Bahn zu haben. Und wenn das noch immer nicht geht, dann hältst du dein Handy und du stellst dir einen Timer. Du stellst dir einen Timer um Erdauer, um Ningauer, um Zingauer oder um halb 11, wie auch immer, als du vielleicht ein Paus hörst an deinem Job. Du setzt dir einen Timer an, wenn du den Timer schält, du hältst deine Flasche, du trinkst das Wasser. Auch wenn du vielleicht am Anfang immer auf die Toilette gehen musst, ob diese voll hast du da. Eine Methode, wo du ganz, ganz schnell noch viel kannst, wo es doch ganz, ganz schnell eine gewöhnliche Strecke ist, mehr Wasser zu trinken, als schon 4 Uhr mittig 1 Liter, 1,5 Liter Wasser in der Bahn zu haben. Für meinen dritten und ersten Tipp, gehen wir mal an den Bereich von der Regeneration. Im Bereich von der Regeneration gibt es ein Kind, an dem ist der Schlaf. Ein guter Schlaf ist eminent wichtig, ein wirklicher Game Changer an allen anderen Bereichen. Das wirst du merken. Und du wirst auch schon ganz oft Tipps, Tricks hören hören, wie du deinen Schlaf kannst verbessern. Für mich aus meiner Erfahrung heraus gibt es einen ganz einfachen, simplen Trick, den du direkt kannst umsetzen, an der das dein Handy an den Flugmodus, an den Flight Mode zu schalten, wans du schlafen gehst. Du wirst den Unterschied merken. Versprach? Ganz direkt, zwei Wochen lang dein Handy ausschalten, wans du schlafen gehst. Das ist nicht nur mit dem Wifi, nicht nur mit dem Bluetooth ausschalten, sondern wirklich an den Flight Mode. Komplette Shutdown von deinem Handy. Zwei Wochen lang, ganz direkt. Und da lässt du einfach mal lenken. Und? Und du wirst den Unterschied merken. Versprach, du wirst kein ganz angenehm nötig verbringen. Das wirst du schon in zwei Wochen merken. Dafür absolute Game Changer. Flight Mode am Handy. Und du wirst besser schlafen. Das wäre dann auch schon von mir. Meng drei einfach Tipps. Schalt dein Handy an den Flight Mode. Setz da den Timer, für mehr Wasser zu trinken. Und reagier auf kontinu auf Facebook, Instagram, denen das gefällt. Für einen positiven Mindset. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bis zum Schluss. Das wäre mein Vlog Gesundheit. Mata Zähm Zähm. Und wir sehen uns ganz, ganz schön herum. Auf dieser Plattform. Bis dann. Bis dann. Mau sehen. Na ja. Wir sinds kırmos. Wir sinds challen. Wir sindsäänhoff vonurançahofer. Also geht's auf live hin undvity. Wir sinds surrendering auf Regenummer. Wir sinds królas und Cin Phofluffe. Die Jugendherroutine durch wir uns diesen Krampfer Franken도 fast wieder